Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Lost on Random. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und jetzt schauen wir mal, ob wir aus zwei Stadt rauskommen. Oh, Even, du hast mich sehr angry. Look, wenn du mir die Augen hast, ich will... Die Augen? Du willst mir die Augen geben? Ich habe nichts gegeben, Kind. Aber du hast gesagt, wenn ich die Rhymes habe, du sagst ich sie und... Oh, du hast etwas gemacht. Und etwas. Take a deep breath, even. Because it's the last thing you'll ever take from anyone. Foolish little girl, you're going to lose because I rhyme tight when I follow my... Personified force of creativity? Okay, das mag er so gar nicht, was wir hier gemacht haben. Ach Gott, das ist so blöd jetzt hier. Machen wir mal gucken. Wie ich das mit seinen Händen hinkriege. Okay. Nee, zu spät gedrückt. Na gut, dann mach mal eine zu. Hm, man darf nicht zu spät auf dieses Ausweichen drücken. All right, time to rhyme battle. I hope your loved ones are ready to cry, because in a few moments you're going too. Dang, that is good. Hätte sich jetzt als erstes, hätte sich erstmal raus, okay. Ich spiel's aber allerdings auch keine... Kein Schwert mehr. Das war doch noch nicht erledigt, das Schwert. Okay. 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 Fertig hier scheinbar immer nur einer hat, wenn die nen Kristall dran. Geht doch nicht. Der hat auch einen. So, den haben wir. Oh, die blöden Vögel nur noch. Das war der Vogel. Ja, ja. Ach ja. I hope people won't think you're too shoddy, when they discover that you are dead. Äh. Body! You're embarrassing yourself! Neh mal da noch was an der Hand. Ich will ja nur noch treffen, die blöde Hand. Jetzt auch. Na gut, jetzt haben wir zwar wieder ein Schwert, das macht sich bei ihm blöd. Aber... Ah ja, was soll's. Er hat voller Leben da rum. Äh, let's see, how you handle this one. You thought you were a knight, but you're a knave. And I'm gonna send you to an early, eh, early death hole. I was getting there. I was gonna get there in one second. Was ist denn, ich habe eben noch die Hälfte? Erledige ich den etwa, wenn ich die richtigen Reime treffe? Wow. Und ob hier mit deiner Blöden. Klar. So, jetzt haben wir den erstmal los. Jetzt haben wir noch den. Hier her. Jetzt habe ich kein Schwert mehr. Ich heile mich mal. Na, wächst ihm auch mal ein Kristall wieder? Da. Komm, dreh dich mal um. Das Kristall da oben rauf geht auf. Dad My robots, we'll reduce your skin to gelatin, leaving nothing but a gleaming white dirt. If that rime would... Ah, das ist die Rhyme, die deine Zeit endet, Miriam Random. Meine Eltern wollten mich als ein Goat-Herderer, aber ich würde sehr gerne sein, dass ich... Ah, das ist die Rhyme, die die Zeit endet, Miriam Random. Silence! Ich hatte das gedacht, dass ich das irgendwann mal gedacht habe. Ah, das schickt ja natürlich jetzt mal wieder irgendwelche anderen Lakaien vor. Och, wie fies. Na gut, damit räumt er aber die auch gleichzeitig ab. Ich brauche ja erstmal nur, dass ich nicht in seine... genau, in seine Hand ja... reinkomme. Jetzt ist nämlich der eine weg. Nein, 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 ich will nicht zurück. Ich kann nicht zurück zurück. Es ist nicht fair. Nein! 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 Purtzeln ihm die Augen irgendwo aus. was now stored inside a different and nicer mayor's head. Even Ndicey had done an excellent job. And I was doing an excellent job narrating it. Not that they'd ever realize. I Kenny! I'm sure he is here. What's up? Hang up now! What's up? She is so evil. No, Mr. Baldum. Stop it, Dad. She is so evil. I will be here. She is so evil. She is so evil. I will never ever whomever. Even was learning the world was even stranger ... und mehr schrecklich... ... als in den Geschichten die Mutter erzählte. Aber sie war auch lernen... ... dass sie nicht komplett alleine hatte. Nun, all Even and Dicey hatte, ... ... war zurück die Augen zu Seymour. Mit der Visionen er gegründet, ... ... er konnte Dicey die dritte Pippe, ... ... das wäre alles was sie brauchte ... ... um das Infernal, Mysterious Gate ... ... in 3-Town. So, jetzt haben wir die Augen. So? Hm, dann schauen wir mal. Ich glaube, das hatten wir hier sowieso nicht abgeschlossen alles. So? Ich glaube, du wirst einen Tag, ... ... ich denke. Du hast eine gute Hände auf deinen Händen. Er sagt, dass er noch mal wiedersehen wird. Er sagt, dass er dich wiedersehen wird. Sehr schnell. here ist eine sehr strange Zeit für uns, auch ... ... wo wir uns hier immer wiederhän ... ... aber bei uns zu retinden, ... ... wird dir als keine Gegend. Überall dich geht, ... ... eine kleine Part von 2-Town ... ... nun geht mit dir. Und da ist das in diesem Problem. Wir hatten hier ja eigentlich noch diese Nebenaufgaben. Hier fehlt ja noch was. Ich weiß gar nicht, was fehlt. Wir haben nämlich nur einen bisher. So, ist man hier wieder in der Schürfengasse? Hinten ist was. Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Ist auch irgendwas? So ein Ding braucht man auch noch. Ich bin ein Artist, aber nicht mit Paints oder Musik. Mein Art ist die Art von Trading! Und ich möchte die Art forward. Trading, Gubbelgregers, ist so Routine. Ich möchte etwas, das nicht mehr in den Tränen zu haben. Ich habe nicht mehr in den Tränen zu verraten. Ich habe nicht mehr in den Tränen zu verraten. Ich habe nicht mehr in den Tränen zu verraten. Ich habe nicht mehr in den Tränen zu verraten. Das ist ein schönes Wort. Oblectament. Ich möchte ein bisschen Oblectament, bitte. Ja, es ist ein guter Wort. Und das bedeutet, es hat value. Anything mit value, ich kann verraten. Oh, das wird gut sein. Jetzt ist dein Freund, Ian, ist ein Honest Tränen. So, ich kann mich für das Wort verraten. Ich gebe dir ein Gubbelgreger in exchange. Sie sind sehr futuristisch. Perfect. Wir haben ein Deal. Enjoy es und bitte nicht zu Gubbelgreger zu viel auf der ersten Mal. Das ist gut, Kind. So, das Ding brauchten wir, genau. Und dann brauchen wir jetzt noch diese Loops. Ach, so sieht der also aus. Da ist er. Eine. So, dann haben wir zwei. Einen brauchen wir jetzt noch. Der war da oben. Genau, ich glaube. Das da. Oder das da. Das ist irgendwie hochkommen. Aber. Erst einmal. Schicken wir Dicey da rein. Frage ist nur, ich glaube, hier war ich schon oben. Ähm. Kam hier, glaube ich, nicht weiter. Oder jetzt etwa doch. Uh, da ist ein neuer Bub. So, jetzt haben wir nämlich drei. Und wir haben diesen Gubbelgreger. Und ich glaube, das waren alle beiden Aufgaben, die wir hier auf dem Platz noch erledigen konnten. Hm? Ich habe die Sprache für die Sprache hier. Die Sprache für die Sprache. Die Sprache für die Sprache. Die Sprache für die Sprache. Das bedeutet... Huh? Danke! Oh, danke! Oh, ich muss es zusammenfangen. Und... ...dann die Hatch! Ah... Okay. Ich... Ich fühle... ...strange. Oh, das ist intens! Perfect! Es ist nur ich! Für die erste Mal, es ist nur ich! Danke für das! Ich gebe dir etwas in exchange für alles. Das ist mein Partner. Er ist in seiner puresten Essens. Ich hoffe, er hat dich gut behandelt. Du weißt, was? Von den Karten... Ich denke, ich werde ihn eigentlich missen. Es ist so quiet, ohne ihn in meinem Kopf. Ich kann ihn eigentlich schon missen. Ich würde sagen, das ist nur logisch. Ist das lustig? Es ist lustig, nicht wahr? Okay, das haben wir. Und wir haben eine neue Karte gekriegt. Da steht Many. Was ist denn das für den Karte? Was ist denn das für den Karte? Ja, Karte! Nee, dann war das doch nicht mit dem Gubbelgurka. Oh, was ist denn hier? Stand hier noch wer in der... Nee. Irgendwo müssen wir dieses Ding doch loswerden. Was sagt denn die Karte? Okay, wir müssen da... Raus und irgendwie da hoch, okay. Ähm, alles klar. Da um. Das ist ein Spiffy-nice-kostüm, Kind. My Grandmama told me about him. Das ist ein Spiffy-nice-kostüm-kostüm-kostüm-kostüm-kostüm-kostüm. Ich glaube, das ist ein Spiffy-nice-kostüm-kostüm. Das ist ein Spiffy-nice-kostüm-kostüm-kostüm. Big Red dug es ein bisschen vorhin, bevor... Äh, forget es, es ist nicht wichtig. Aber das ist die Rareste Sache in all of Two Town. Danke, Kind. Wie war ich? Aber ich nicht tun was mit meinem Brünen. Wie war es? Es war ein Moment der Schmerzen. Ich habe es nicht rechtes. Es ist schrecklich in der Unterricht-Durchsäule. Und ich habe nur gesagt, dass ich es dort liebte. Und Big Red ist so leicht zu trünen. Because she's me We're the same person Born into two different bodies I'm so ashamed She's got the best parts of the two of us She's so important to me And I just I sold her out Please Can you help her? I know I've already asked so much, but You're right I have so much regret I can't, I don't Please, will you help? You did? Now she's going to kill me! And I'm grateful that you gave her back the freedom to do so You've let me take back the greatest mistake of my life And I know my relationship with Big Red will never be the same But at least now I have a chance to fix it I wouldn't have that without you Thank you, even And here For luck better than mine So, then bring me now my eyes And I can't do that I can Just Das ist so eine kreative Dice-Kostüme. Ich habe so viele Worte, Kinn. Ich habe eine Bucolic-Kart, wenn du interessierst. Hey, was ist passiert? Ich habe eine Ruckus. Long story. Aber ich habe deine Augen, Seymour. Oh, meine Peepers und Weepers. Oh, ich habe mich so sehr. Ah, viel besser. Und als für die Pips, wenn du nicht mindst, es nur ein bisschen Precision braucht. Die utmost Freness. Und... BOOM! Hehehe. Done! Good as new, little buddy. Hey, my pleasure. Thank you for helping me properly see again. Not everyone would have done what you did, and old Seymour here will never forget that. So, what are you gonna do now? I know you'll find her even. You found my eyes. And they're probably way smaller than your sister, right? So, there you have it. Well, I wish you well on your next adventure. And, uh, if I could give you some semi-solicited advice. Every roll of the dice matters. But not every roll counts. Isn't it, though? It's so fun. Bye, Evan. I'll miss you. But I'm sure we'll see each other again in far-off places. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye. Wie es hier weiter geht, schau uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.